Moin zusammen und willkommen zurück zu unserem GitHub Tutorial. Heute tatsächlich nur mit GitHub und zwar mit Lizenzen. Ja, ich weiß, Lizenzen hinzufügen, super easy eigentlich. Man erstellt hier eine neue Datei und nennt die License. Dann kann man hier schon ein License Template auswählen, was auch funktioniert. Sekunde, was auch funktioniert, ist das Ganze hier über Insights und Community zu machen. Dann kann man hier auch eine Lizenz auswählen. So, das ist der einfache Part und man kann eine Lizenz hinzufügen. Jetzt zum schwierigen Part. Was genau ist eine Open Source Lizenz? Das heißt, was genau bedeutet das eigentlich? Lizenzen sind dazu da, dass man anderen Nutzern des Projektes sagen kann, was genau man mit diesem Projekt alles machen darf. Es ist immer noch Open Source und man kann den kompletten Source Code einlesen. Das heißt, man kann auch niemanden irgendwie daran hindern, dass er dieses Ding benutzt. Aber selbiges gilt im Endeffekt auch für so Dinge wie zum Beispiel Bilder, die ihr über Google Bilder findet. Die sind ja eigentlich auch mehr oder weniger Open Source. Man kann das komplette Bild ansehen und kann dementsprechend auch machen, was man möchte. Das bedeutet nicht, dass das Urheberrecht irgendwie ausgehebelt wird, nur weil ihr es öffentlich zur Verfügung stellt. Und das ist ein großes Missverständnis. Man kann nicht einfach hergehen und kann sagen, hey, das ist der Code von Linux, den habe ich geschrieben. Das darf ich nicht machen, weil ich habe ihn ja nicht geschrieben. Das heißt, das Urheberrecht bleibt immer noch bei dem wirklichen Autor. Und so ist das eben auch für euren Code. Das heißt, wenn ihr Code auf GitHub hochladet, dann bleibt das Urheberrecht bei euch. Und ihr entscheidet im Endeffekt, was damit gemacht werden darf. Und dazu sind Lizenzen da, damit ihr entscheiden könnt oder mitteilen könnt, was damit gemacht werden darf. Wenn ihr keine Lizenzen in euer Projekt rein tut, darf man im Endeffekt fast alles damit machen, außer euch verantwortlich machen für dieses Ding. Okay, gut, fangen wir mal an. Es gibt hier einige Lizenzen, die hier schon zur Verfügung stehen. Man kann sich natürlich auch seine eigene Lizenz schreiben. Das ist auch sinnvoll, wenn man weiß, was man da tut. Und da ich selber nicht unbedingt die beste Ahnung davon habe, werde ich euch darüber jetzt nicht irgendwie Unfug erzählen, sondern ich werde euch hier tatsächlich dann einfach mal die Lizenzen vorstellen, die es gibt. Und das finde ich bei GitHub mittlerweile sehr, sehr geil geregelt. Man kann hier einfach nämlich eine Lizenz anklicken und dann sieht man schon gleich, was erlaubt wird, was die Limitations sind, das heißt, dass man nicht machen darf und was für Bedingungen man hat, wenn man den Code benutzen möchte. Und das ist super geil, das würde ich euch wirklich auch mal empfehlen. Die strengste Lizenz ist die hier, die GNU Afero General Public License. Streng im Sinne von, man hat relativ viele Bedingungen, man darf aber trotzdem immer noch mehr oder weniger alles machen. Das heißt, man darf bei jeder dieser Open Source Lizenzen das Ganze auch commercial benutzen. Das heißt, man darf irgendwie Geld damit verdienen. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr euch eure eigene Lizenz schreiben. Man darf auch normalerweise den Code immer modifizieren. Dazu ist ja Fork im Endeffekt da. Also der einzige Sinn von Forken besteht darin, dass man eben das Ganze Repo klonen kann und dann verändern kann. Deswegen, das kann man eigentlich nicht wirklich unterbinden. Dass man den Code verteilen kann, naja, macht ja auch irgendwie Sinn, weil wenn ich den Code nicht verteilen darf, dann darf ich im Normalfall zum Beispiel auch keine Webseitenanwendung oder sowas irgendwie ansehen oder verwenden oder sowas. Und deswegen ist das relativ doof. Bei Patenten benutzen, das bedeutet so viel wie, wenn ihr jetzt das Ganze, sagen wir mal, ich möchte eine Bilderkennungssoftware verwenden. Und die ist halt mega geil, aber sie benutzt 10 Funktionen, die ich mir von anderen Stellen zusammengeklaut habe. Dann darf ich die trotzdem verwenden, wenn hier eben die Patentbenutzung erlaubt ist. Und private Benutzung, das ist eigentlich so das Sinnvollste. Das heißt, man darf halt den Code irgendwie privat benutzen. So, Limitations, das ist ganz, ganz wichtig auch für euch. Denn normalerweise wird bei jeder Open Source Lizenz immer ausgeklammert Liability und Warranty. Das sind zwei Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Einmal nämlich, dass man sich auf den Code verlassen kann, dass der auch wirklich funktioniert. Das heißt, wenn der Code nicht funktioniert, weil es ist ja eine Limitation, wenn der Code nicht funktioniert, dann kann man euch nicht dafür verantwortlich machen, dass er nicht funktioniert. Dann ist man halt einfach selber schuld. Der Code klappt halt einfach nicht. Und Gewährleistung, falls irgendwas mal ausfällt und derjenige dadurch irgendwie Verluste macht oder sowas, dann ist das auch nicht euer Problem. Das steht hier im Endeffekt dabei. Das heißt, Benutzung auf Eigenverantwortung im Endeffekt. So, und jetzt der Punkt, wo sich die meisten Lizenzen, ihr seht es hier, auch am ehesten unterscheiden, sind diese Conditions. Hier haben wir allerdings noch die Trademark Use, die ist hier auch unterbunden worden. Und ich fange hier einfach mal an, weil das die meisten Conditions sind, glaube ich. Ich kenne mich nicht perfekt in jeder Lizenz aus, aber das ist so die, die ich immer ganz gerne mal verwende. Und zwar, wenn man den Code benutzt, dann muss man die Lizenz, auch diese Lizenz wählen. Das heißt, man muss das ganze Projekt, also nehmen wir mal an, ich forke irgendein Projekt, zum Beispiel eben Linux und mache das bei mir öffentlich. Und Linux wäre jetzt unter der GNU Afero General Public License. Und dann müsste ich den Code, den ich erstellt habe, auch unter diese Lizenz stellen. Das bedeutet das im Endeffekt. Und das ist das hier, sorry, same license. Und ich müsste verweisen darauf, dass jemand anders diesen Code geschrieben hat, also einen Großteil des Codes verschrieben hat. Ich müsste quasi jeden Autor auch nennen. Und das ist ziemlich sinnvoll, weil man möchte ja auch irgendwie so seine Credits haben. Ich meine, wenn ich jetzt mir, keine Ahnung, 200, 300, 400 Stunden an einem Projekt aus dem Ärmel schneide, sozusagen. Und am Ende benutzt den einfach jemand und lässt mich halt eiskalt außen vor und behauptet, es wäre nur sein Projekt. Ich bewerbe mich damit und dann heißt es ja, nee, das hast du ja nicht selber geschrieben. Dann wäre das natürlich auch ärgerlich für mich, weil, ja, irgendwie möchte man ja auch, zumindest das ist ja eigentlich kein Aufwand, ne. Das ist einfach nur Fairness. Okay, dann State Changes. Das bedeutet so viel wie, wenn man was am Code verändert, dann muss man es dokumentieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwas forke an Linux und ich verändere einfach nur irgendwie eine Zeile und plötzlich sind die Leute, die ihr Linux auf meinem Linux aufbauen, sind plötzlich dann, haben ein Virus, weil ich ein Virus reinprogrammiert habe und ich habe es nicht dokumentiert, dann denken die alle, das wäre das Original Linux gewesen. Deswegen muss man hier eben sagen, hey, hier, das wurde verändert. Und Disclosed Source heißt so viel wie, ich muss mein Projekt auch wieder Open Source zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas verändere, muss ich das Ganze danach auch wieder Open Source machen. Ich darf es danach nicht Closed Source machen. Also ich muss es wieder veröffentlichen und jeder darf meinen Code dann wieder komplett einlesen. Das heißt, die Commercial Use ist hier so ein bisschen zumindest limitiert worden. Man sagt sich dann halt, okay, ihr dürft kommerziell benutzen, ihr dürft das Ding hosten und sonst was damit machen. Aber alles, was ihr daran geändert habt, müsst ihr auch wieder öffentlich machen. Das heißt, jeder hat dann im Endeffekt auch wieder dieselbe Chance. Dann Network Use ist Distribution. Das bedeutet so viel wie, wenn jemand diese Software verwendet und da es irgendwie Netzwerkoperationen sind damit irgendwie verbunden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine API programmiere oder sowas, dann bedeutet das so viel, oder am besten noch eine Webseite, dann bedeutet das so viel wie derjenige bekommt auch eine Kopie des Source Codes. Und ja, genau. So, das ist die GNU GPL Afero License Version 3. Und dann gibt es eben noch diese drei hier, die sind relativ berühmt eigentlich. Die kann man sich auch ganz gerne mal durchlesen. Wie gesagt, hier, deswegen habe ich jetzt die genommen. Hier, Trademark Use bedeutet so viel wie man darf nicht die Bilder und Icons benutzen, die in dem Projekt verwendet wurden. Das ist verboten. Alles andere ist eigentlich gleich gewesen. Hier ein paar Conditions weniger. Die GNU GPL hat hier ein paar Conditions weniger als die Afero GPL. Genau. Und ansonsten sind die eigentlich recht ähnlich. Und MIT ist so ein bisschen sehr, sehr freizügig, sage ich jetzt mal. Was man hier reinmacht. Man verlangt im Endeffekt nur die Lizenz und Copyright Notice. Dass man hier quasi Copyright auf mich quasi in dem Fall, weil ich ja das Ganze auf mein Repo mache. Und so weiter und so fort. Und hier könnt ihr euch ganz gerne mal durchlesen, was da eigentlich so der Unterschied ist. Und das Ganze ist relativ undurchsichtig, weil solche Lizenzen natürlich auch immer, naja, man muss sie natürlich auf Englisch reinstellen. Weil Englisch ist die Sprache, online zumindest, beziehungsweise Weltsprache auch. Und deswegen muss man das Ganze auch dann auf Englisch lesen. Und wenn man selber verfasst, dann muss man es auch auf Englisch verfassen. Das heißt, wer da ein Problem hat, er ist hier oben eigentlich ganz gut damit bedient, wenn er sich diese Dinger hier durchliest. Und wenn ihr euch dann für eine Lizenz entschieden habt, also es gibt hier wirklich sehr, sehr viele. The Unlicensed ist, soweit ich weiß, die freieste Lizenz. Im Endeffekt darf man alles damit tun. Und man muss nicht mal irgendwas reinpacken. Also keinen Menschen oder sonst irgendwas. Das ist so ziemlich die freieste Variante von Source Code oder sowas. Das ist das Einzige, was eben nicht gilt, ist, man übernimmt keine Verantwortung, wenn was nicht funktioniert. Aber das sollte man auch wirklich nie tun. Ja, ich werde jetzt hier einfach mal die MIT-Lizenz benutzen. Ne, ich nehme die, ich nehme die GPL. Und dann macht man hier einfach auf Review and Submit. Und hat das Ganze hier plötzlich als License. Und dann steht hier eben die komplette Lizenz drin. Ihr seht, warum man das eher nicht unbedingt einfach so selber schreiben soll. Das ist wirklich ein Stückchen hier. Ihr könnt es euch gerne mal durchlesen. Wer Bock drauf hat und wer vielleicht noch was ergänzen möchte, gerne in die Kommentare. Ich kenne mich mit Lizenzen wirklich nur bedingt aus. Das, was ich euch im Endeffekt gerade erzählt habe. Weil ich auch tatsächlich nichts mit Recht zu tun habe. Und, ach ja, dann haben wir hier schon eine neue, also in dem Fall würden wir hier eine neue Datei online stellen. Direkt über GitHub. Und, ähm, hier wird jetzt auch diese Lizenz direkt in einem neuen Branch, also standardmäßig wird sie in einem neuen Branch, ähm, reingepackt. Und dieser Branch nennt sich AddLicense1. Wir können sie direkt auf den Master committen. Das geht. Aber wir können sie auch hier einfach in einen neuen Branch reinmachen. Ähm, das obere haben wir schon gemacht. Deswegen mache ich das jetzt mal hier unten, damit wir noch ein bisschen was über GitHub zumindest lernen. Und, ähm, wir proposen damit eine neue Datei. Bam. Und es wird automatisch auch ein Pull-Request gestartet. So, create Pull-Request. Und, ihr seht hier oben auch, welche beiden, also der Branch AddLicense1 wird auf den, oder soll auf den Master committet werden. Und hier sehen wir wieder, wie bei einem üblichen Pull-Request, haben wir hier diese Standard-Dinger, also Checks. Ähm, Checks kann man übrigens, äh, ja gut, das machen wir irgendwann anders. Ähm. Das hat jetzt eigentlich nicht wirklich was mit Lizenzen zu tun. Und jetzt kann man hier einfach zum Beispiel die Datei nochmal reviewen. Also, der Autor natürlich von dem, oder der Administrator von diesem Repo kann das tun. Oder man kann hier eben drüber kommentieren, das ein bisschen diskutieren. Man kann es sogar abbrechen. Oder man kann hier eben sagen Merge oder Squash and Merge. Äh, was das genau ist, werden wir auch noch uns angucken. Im Endeffekt, normalerweise wollen wir einfach nur hier mergen. Weil es ist ja nichts irgendwie, äh, es wird nichts gelöscht. Es wird einfach nur diese neue Datei hinzugefügt. Und dann war es das eigentlich auch schon. So, und jetzt haben wir hier diese License in unserem GitHub-Repo drin. Und jeder, der Bock drauf hat, weiß gleich, was hier drin steht. Denn wir haben hier oben auch, und das finde ich auch super gemacht bei GitHub mittlerweile, ähm, wir haben hier oben direkt stehen, was für eine Lizenz das ist. Und die Short, äh, die, die Kurzfassung sozusagen, was alles erlaubt ist und was alles nicht erlaubt ist. Welche Bedingungen gelten und so weiter. Und hier unten ist dann die Langform, die muss sich niemand mehr durchlesen heutzutage. Weil das sind einfach die Lizenzen, die wirklich sehr, sehr berühmt sind. Und ja, das war es eigentlich schon von meiner Seite. Ich habe ein bisschen mehr gelabert, als ich wollte. Ich hoffe, ich konnte euch so ein kleines bisschen Einblick geben oder gewährleisten, ähm, den Brunch brauchen wir nicht mehr, ähm, auf was eigentlich diese Lizenzen aus sind. Ähm, wie gesagt, wenn ihr wirklich kommerzielle Nutzung verbieten wollt, dann müsst ihr unter Umständen wirklich hingehen und, ähm, eure eigene Lizenz schreiben. Das ist leider so. Ähm, aber mit der GNU Afero GPL kann man das eigentlich unterbinden, wenn man jeden dazu zwingt, dass alles wieder offen, ähm, offengelegt wird. Also der komplette Source Code muss ja wieder offengelegt werden. Und, äh, dadurch ist es zwar kommerziell nutzbar, aber eben nur unter der Bedingung, dass man es wieder veröffentlicht. Und das ist eigentlich auch dann, ja, dann hat es ja wirklich jeder wieder. Und das ist eigentlich ganz geil. Okay, das war es von meiner Seite wieder mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.